So, diese blöde Flamme hier, die mich da anspringt quasi und mir die ganze Energie wegsaugt und dann muss ich da noch durch. Ohne einen Checkpoint. Das ist jetzt, das ist jetzt mies. Ja, und so geht's schon mal nicht. Ich muss da durchkommen mit voller Energie. So, weg hier, weg hier. So. So, soll das gehen? So, halt. Äh, save state. Da hätte ich mich jetzt über einen Checkpoint gefreut an der Stelle. Was war denn das? Kann ich direkt, kann ich direkt reinladen? So. Da ist der Checkpoint. Okay. Bis dahin muss ich's schaffen. Und dafür muss ich quasi hier ein paar... Checkpoint. Okay. So ein paar rauslocken dort. Bisher war alles schaffbar. Laden speichern und Hagen ist nicht da. So, mal wieder ein Screenshot machen. Hm. Hm. So, Wasser. Ne, so nett. Hektik bringt nichts. Hektik bringt nichts. So. Noch neun Energie. Na halleluja. Das kann ja was werden. Da, springen. Springen! Springen! Speedrun für das... Turbotorte sagt, es gibt auf YouTube ein Speedrun Video zu dem Spiele in 19 Minuten 24 Sekunden. Also ich bin jetzt bei 117 Minuten. Definitiv kein Speedrun. Genau, ich mache hier den Slowrun. Speichern. Und da kommt die Biene. Kann ich fallen lassen, aber das hat nicht funktioniert. So, Checkpoint. Und was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier, was hat mir das jetzt gebracht, außer ich an dem Checkpoint bin? Neue Energie natürlich. Und jetzt kann ich hier beruhigt rechts lang gehen und dieses Wasser nehmen, dann hier runterfallen und dabei sterben und dann da rechts runter. Klip. Klip. Ein Schalter, ein Schalter, ein Checkpoint. I'm so thirsty, do I have some water to drink? Also, if you have forgotten anything, this orb will teleport you to the top of this area. Oh god. Thank you for the water, but I'm still thirsty, four flasks left. Halleluja. Hallo Fantastic Shark. So, jetzt muss ich nur noch vier flasks finden, so was ist denn das hier? Press yellow to access the map inside this area. Okay, also dann haben wir jetzt eine Karte. Und da sehen wir 1, 2, 3, 4, 5 rote Sachen. Hm. Also den Schalter haben wir auf jeden Fall schon mal. Ja, ja, da, 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 da. Ja, ist okay. Flop. Okay. Okay. Na dann. So. Jetzt ist ja einfach, jetzt wissen wir ja wie es geht. Ne, die Musik ein bisschen nicht mehr ganz so nervtötend wäre. Ja, das hat fast geklappt. Mal. 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 Damit hochspringen habe ich das doch das letzte Mal gemacht. Speis am Joystick hier. Ja, zurück geht nicht. Wir erinnern uns vorwärts immer, rückwärts nimmer. Für alle, die neu eingeschaltet haben, das hatten wir schon, aber ich habe vier Flaschen Wasser vergessen mitzunehmen. Oder übersprungen. So langsam tut mir auch die Hand weh. Mehr Sinn. Mehr Sinn. So, jetzt wird zumindest mal mehr Energie übrig. Fast. Fast. Maluk, ich gebe dir was. Was mit keiner Ausdauer. Nächstes Jahr macht's gut. Checkpoint. So, ähm, Karte. Wir müssen nach da rechts. Ich muss hier oben rum, damit ich da überhaupt hinkomme. Ja, ja. Nein, so nicht. Oh, nochmal. Das Feuerding ist aber auch nervtötend hier. Nein, springen. Springen will ich. Ich werde ein bisschen unruhig. Ich weiß nicht, ob es euch aufhält. So. Okay, ein Wasser haben wir. So, mal gucken, wo komme ich denn da jetzt hin? Ich muss auf jeden Fall diesen Weg, den ich ausgelassen habe, gehen und wieder zurück. Checkpoints. Okay, weiter, weiter. Checkpoint. So, das habe ich vorhin ausgelassen und das rächt sich jetzt natürlich. Oder hat sich gerecht. Aber das rechts da oben hätte ich sowieso auch nehmen müssen. So, ich glaube, hier werde ich öfter mal speichern, sonst wird das heute nichts mehr. So, das war schon doof. Öff. Und da wäre der Checkpoint gewesen. Nicht stehen bleiben. Checkpoint. Okay. So, da ist ein Wasser. Es fehlen noch zwei Wasser und aber ich habe noch drei Sachen, die zu finden sind. Ach, der lustige Feuergeist. Und das Wasser gibt einem voller Energie, das ist auch gut. So, da ist ein Wasser, der lustige Feuergeist. Zwei Feuer. Zwei Feuer. Wie eine Kiste hier. So schnell das Feuer. Nicht ungeduldig werden, das bringt nichts. Hm. 25 Energie, das wird knapp. Nein. Naja. Drei Energie ist auch ein bisschen lächerlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also man muss ihn ein bisschen aufholen lassen, weil wenn man zu weit von ihm weg ist, dann springt er nur noch schneller und dann kommt man gar nicht mehr weg. Nur dass dann halt auch die Bienen da kommen. Okay, speichern. So schön dieser Effekt mit der Lava ist genau, manchmal ist er wirklich richtig im Weg. So, ich muss da hoch, wenn der gerade am nach oben springen ist und darf mich von den Feuergeistern nicht irritieren lassen, die dann genau natürlich und ich sehe nichts, weil die Lava, der Lavaström im Vordergrund im Weg ist. Checkpoint! 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 So. Na toll. Ich hätte, okay, das meint, das heißt das mit den, ähm, mit diesen Strichen da. Hier sind deutlich mehr Wasser, ist deutlich mehr Wasser als ich gebraucht habe. Das heißt, man hätte viele andere Sachen, wo ich Wasser gesammelt hätte, überspringen können, wenn man diesen Raum hat. Aber man muss den Raum auf jeden Fall nehmen. Wenn man das hier mal so vorher wüsste. So. Na, ich hab ja jetzt, ich müsste jetzt genug haben. Wir nehmen es einfach alles. So. Jetzt haben wir alles Wasser. Das muss ich nur noch zurück. Das werden wir jetzt doch gar nicht so clever, den Checkpoint zu nehmen. Na ja. Dann jetzt in die andere Richtung speichern. yeah. Nee. Aber knapp. kommen lassen sich zu weit springt checkpoint okay und dann müssen wir jetzt hier wieder nach unten nicht in die lava fallen checkpoint geht so nicht almost every water oder gebrauchte nicht wirklich alles werde unkonzentriert diese ruhe kurz die musik also hektische musik deutet es ja an da kommt ja noch ein endgegner und kommt da noch eine welt oder ist das dann hier so wo stehen wir eigentlich gerade wie viele leute sind eigentlich noch hier 34 wenn ich das richtig sehe ich habe echt mitleid mit mir so also mit dem speedrun wird es nicht mehr so richtig was aber wenn man jetzt mal trotzdem hier weiter so mit dahin klicken checkpoint so wo müssen wir lang so